Amazonas, Peru Ich denke, dass wir nach einem Vulkanausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet, verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Auch Gefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey. Da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kuwak Jako absetzen. Dann los. Festhalten. Es wird ein bisschen wackelig. Schuss. Ich kann's straight auf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. so gucken wir uns nochmal hier um aber wie viel Glück wie viel Glück muss die Lara haben ich meine die hat wahrscheinlich wie gesagt 7000 Schutzengel die hier 24 7 am arbeiten sind die müsste eigentlich schon längst tot sein wir gehen nicht durch das Wasser wir wissen ja nicht welche Tiere sich okay wir müssen doch durchs Wasser okay was soll schon passieren der ist doch tot den gibt es doch gar nicht mehr diese Wildschweine machen mich echt fertig ne das könnte ich gebrauchen hm was das bewahre ich für später auf ich hätte da so Schiss dass ich hier irgend ach so das ist kein Wildschwein das ist ein Affe ja hier gibt es wahrscheinlich gar keine Wildschweine ja die Flora und Fauna des Regenwaldes man erkennt es nicht ja die Tiere hören dich hallo jemand da halt doch deinen Mund Leber komm erst mal zu Kräften und dann machen wir uns hier einen Überblick ich war hier mucksmäusen still ne ich hatte so Angst dass ich irgendwelche Einheimischen hier anlocken werde oder irgendwelche äh Raubtiere ich war zu heulen ne wo sind sie ich muss sie finden ja aber woher willst denn du wissen dass die auf der gleichen also dass die noch leben ne das Flugzeug wurde in zwei gerissen der ist wahrscheinlich jetzt keine Ahnung und mehr und der Pilot da ist doch tot den hat es doch voll aufgespießt der Berg mit Silberkrone ich bin fast da fast natürlich ist es bestimmt hier da drüben ist jemand ich muss dorthin auf das Leuchtsignal zu bewegen das hat mich erschrocken oh Papageien ich liebe Papageien geh doch mal hoch meine Güte Brüllaffen und Piepmätze Papageien Brüllaffen sind doch eigentlich friedliche Tiere oder oder auch erst mal wieder einen Bogen oh ein Lager ein Feuer hier muss jemand sein hallo Jonah Miguel hört mich jemand wo seid ihr als ob die es alle überlebt haben oh ja was sind hier Lara kauft ach hier sind wir und das müssen wir hin Gottes Willen neues Basislager entdeckt ich hab kein Messer das ist das Logbuch unseres Flugzeugs Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht die nächsten drei Tage sollten heiß und trocken werden mit Höchstwerten um die 30 Grad klar im Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50 Prozent gelegen hätte aber es waren keine Unwetter vorhergesagt geschweige denn Schwere hätte ich mich auch nicht freiwillig in ein Flugzeug gesetzt ich hätte nicht gedacht dass der Sturm so heftig wird es ist alles meine Schuld wie immer ich hätte auf Jonah hören sollen ja ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen ich hoffe dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde auch doch bestimmt Fähigkeit ich muss diese Katastrophen stoppen bevor es zu spät ist Fähigkeiten Sucher verbessert Lehrer's Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herrschungsfähigkeiten Fähigkeiten freischalten wählen sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert dunkle Boxen werden freigeschaltet wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich Landung sind leiser Sucher wo ja das auf jeden Fall Blick des Adlers genau ja wichtig ein Fähigkeiten Punkt Sie können schneller schwimmen ohne Alarm auszulösen Tiefen stürzen Sie fallen oh ich wäre fast für Schlag der Schlange für uns die Autoniskiste ohne Alarm auszulösen wo ja ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet meine Sachen sind in der Fracht ich muss sie losschneiden in dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein mh ich habe kein Messer ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen oh okay vielleicht ein Teil aus dem Wrack super super okay dann zum Heilen verwendet okay oh ne oh ne ekelhaft ekelhaft wirklich wirklich ekelhaft gut aber es ist stumpf ich muss es irgendwie schärfen Bergus gut sammeln das ist ein Wildschwein nein das sind solche hier Capybaras oder wie auch immer die heißen Capybara da gab es ja auch so ein Lied von denen Capybara 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 oh 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 Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Ob es hier auch Schlangen gibt, mit Sicherheit, ne? Hallo. So, ich komme hier nicht durch. Inventar, Waffenherstellung, Messer, ja. Das provisorische Messer möchte ich gerne schärfen. Das müsste scharf genug sein. Oh. Ah, guck mal, der Malermeister war auch wieder am Start. Ach so, hier. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Das machen doch Frauen immer, Lara. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel, wo bist du? Natürlich funktioniert es noch. Verdammt! Oh. Ach so! Oh nein, warum muss ich denn hier Nestor jetzt zerstören? Oh. Weißt du, ich komme hier. Entschuldigung. Das muss wahrscheinlich sein. Ne? Ich komme hier als fremder Mensch. Ne? Komme ich hierher? Und dann muss ich hier noch die Nester von den armen kleinen Finger zerstören. Es tut mir richtig leid. Ah. So. Wo hat es geleuchtet? Hier, ne? Oh. Krupp da entdeckt. Das ist doch alle, was wir jetzt machen werden. Kusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavalerie. Seine Falconette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arquebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavalerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luys Tagebuch. Ich find's immer wieder toll, wenn das vertont ist. Hat man wirklich das Gefühl, dass die sich noch Mühe geben bei den Spielen. Bam! Vorsichtig! Vorsichtig! Ja, bloß nicht anfassen. Ja genau, fass den noch an. Keine Ahnung, wie ich die Pilze nehme, ne? Okay. Okay. Oh. Hm. Was für ein schöner Schlamm. Wohin der es wohl führt? Haben wir hier irgendwas? Ja. Ja. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Okay. Wer ist Jack? Oh ja. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Hm. Ich habe die Hoffnung, dass ich in diese andere Kammer komme, ne? Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ja. Ja, habe ich schon gesehen. Achso. Hä? Ah, hier muss ich durch. Oh. Krypta. Dann haben wir hier Basislager. Gesträubte Gefieder. Ach, dass wir die Herausforderung gerade legt. Dokument. Oh, schön. Dann gehen wir wieder raus. Hm. So, ne? So, ne? Ja, okay. Genau, von hier kamen wir. Jetzt habe ich mich erschrocken, ne? Was haben wir denn hier? Überreste Abendsternstiefel. Stiefel mit Federn, die das sage, nach eins von Königin Abendstern. Okay, Outfit-Herstellung. Ja, danke. Nein. Ach, schade. Das muss der Weg nach oben sein. Ja. 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 Aber ich denke, wir werden noch genügend Möglichkeiten haben, um Erze, ähm, zu schlagen. Ha. Hey. Hm. Der ganze Schlamm schön in die Stiefel rein, ne? Oh. Ja, fass doch den Arsch an. Ja, Lerba, kein Problem. Ja, streichle ich noch mal drüber. Zum Abschied. Ja. Das ist ja gut. So, haben wir das erste Krypta. Erfolgreich. Abgeschlossen. Yay. Hier. Wo war das? Unten? Hier. Einfach mal. Oh. Ja. Muss noch auch dorthin, oder? Ja. Gut. Da haben wir ein Nest noch. Und das sind das böse Vögel. Oh, nein. Oh, nein. Hat zu spät gesehen. Moment. Was war hier? Ja. 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 Bühnen verweist. Bühnen verweist. 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyabra, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel zwei wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich zwei Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Och Mann, der Arme. Das tut mir schon ein bisschen leid. Da oben. So, warte. Ein Sextant. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem astronomischen Objekt und dem Horizont zu messen. Hm? Da ist eine Inschrift. Für meinen Sohn Jack. Oh. Mögest du den Horizont nie aus den Augen verlieren. So. Er hat ihn bestimmt verloren. Ah, das ist ja cool. Giftbären. Wo muss ich hin? Was? Nein! Nein! Äh, äh. Äh. Nee. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hoch. Ich versuche noch, das Relic mitzunehmen. Ich kann mal wenigstens eine Sache ein Taschentuch. Da ist ein Monogramm eingestickt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. Ein bisschen blutig, ne? Die Prullaffen. Wenn du nicht weißt, dass es Prullaffen sind, dann denkst du dir sonst auch was dabei, ne? Oh, Fähigkeiten. Ein Fähigkeitenpunkt. Das ist Capybara. Zielunterstützung. Nehmen wir das einfach noch mit. Inventar, Upgrades herstellen. Machen Upgrades mit nur den Wackenteil, Ressourcenfähigkeiten. Das kennen wir ja schon. Ja. Ja, verstärkte Arme erhalten. Und das nehmen wir auch noch verstärkter Schaft. Messer erhalten. Okay, das reicht. Alles klar. Aber was haben wir denn noch jetzt? Erhalten. Kann ich hier noch machen. Das fehlt mir ja. Genau. Na gut. Alles klar. Gut. Ach nee, warte mal. Ich habe da oben. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen. Ausrüstung. Seile erhalten. Na gut. Würde ich erst einmal so lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir. Guck mal, da läuft es, ne? Ganz aufgeregt. Ja, wenn wir uns dann dort rüber schwingen werden. Und ich bin mal ganz gespannt, wohin die Reise mit der guten Lerba hingehen wird. Auf jeden Fall. So vom Optischen gefällt mir das besser, weil in Sibirien war mir selber kalt. Na, dann habe ich mit der Lerba ein bisschen mehr mitgelitten. Aber hier wird es mir auch erst einmal so gut gehen, ne? Schön warm. Man hat was zu essen, ne? Die Capybaras sind ja hier, ne? Sehr gut vertreten. Wenn dann ist man heiß, ne? Keines Vögelchen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie die nächste Folge werden wird. Was uns hat alles erwartet. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und dass wir uns dann bei der dritten Folge wiedersehen werden. Und wir sehen uns dann bei der dritten Folge wiedersehen.